hallo meine freunde der märchenwelt heute lese ich euch ein deutsches märchen vor ein märchen der gebrüder grimm und das märchen heißt vom klugen schneiderlein es war einmal eine prinzessin gewaltig stolz kam ein freier so gab sie ihm etwas zu raten auf und wenn er es nicht erraten konnte so ward ihr mit spott fortgeschickt sie ließ auch bekannt werden wer ihr jetzt löste er sollte sich mit ihr vermählen und möchte kommen wer da wolle endlich fanden sich auch drei schneider zusammen davon meinten die zwei ältesten sie hätten so manchen feinen stich getan und hätten es getroffen da kann es ihnen nicht fehlen sie müssten es auch hier treffen der dritte war ein kleiner unnützer spring ins feld der nicht einmal sein handwerk verstand aber meinte er müsste dabei glück haben denn woher soll es ihm sonst kommen da sprachen die zwei anderen zu ihm bleibt nur zu haus du wirst mit deinem bisschen verstande nicht weit kommen das schneiderlein aber ließ sich nicht beirren und sagte es hätte einmal seinen kopf darauf gesetzt und wollte sich schon helfen und ging dahin als wäre die ganze welt die seine da melden sich alle drei bei der prinzessin und sagten sie sollten ihnen ihre rätsel vorlegen es wären die heut richtigen leute angekommen die hätten einen feinen verstand dass man ihn wohl in eine nadel fädeln könnte da sprach die prinzessin ich habe zweierlei haar auf dem kopf von was für farben ist das wenn es weiter nichts ist sagte der erste es wird schwarz und weiß sein wie tuch dass man kümmel und salz nennt die prinzessin sprach falsch geraten antwortet der dritte ist nicht schwarz und weiß so ist braun und rot wie meines herrn vaters bratenrock falsch geraten sagte die prinzessin antwortet der dritte dem sehe ich es an der weiß es sicherlich da trat das dritte schneiderlein keck hervor und sprach die prinzessin hat ein silbernes und ein goldenes haar auf dem kopf und das sind die zweierlei farben wie die prinzessin das hörte war sie blass und wäre vor schrecken beinahe hingefallen denn das schneiderlein hatte es getroffen und sie hatte fest geklaut das würde kein mensch auf der welt heraus bringen als ihr das herz wieder kam sprach sie damit hast du mich noch nicht gewonnen du musst noch eins tun unten im stall liegt ein bär bei dem sollst du die nacht zubringen wenn ich dann morgen aufstehe und du bist noch lebendig so sollst du mich heiraten sie dachte aber damit wollte sie das schneiderlein loswerden denn der bär hatte noch keinen menschen lebendig gelassen der ihm unter die tatzen gekommen war das schneiderlein ließ sich nicht abschrecken war ganz vergnügt und sprach frisch gewagt ist halb gewonnen als nun der abend kam ward mein schneiderlein hinunter zum bären gebracht der bär wollte auch gleich auf den kleinen kerl los und ihm mit seiner tatze einen guten willkommen geben sachte sachte sprach das schneiderlein ich will dich schon zur ruhe bringen da holte es ganz gemächlich als hätte es keine sorgen nüsse aus der tasche biss sie auf und aß die kerne wie der bär das sah kriegte er lust und wollte auch gern nüsse haben der schneiderlein griff in die tasche und reichte ihm eine hand voll es waren aber keine nüsse sondern wackersteine der bär steckte sie ins maul konnte aber nichts aufbringen er machte beißen wie er wollte ei dachte er was bist du für ein dummer klotz kannst nicht einmal die nüsse aufbeißen und sprach zum schneiderlein bitte beiß mir doch die nüsse auf da siehst du was du für ein kerl bist sprach der schneiderlein hast so ein großes maul und kannst die kleine nuss nicht aufbeißen da nahm es die steine war hurtig steckte dafür eine nuss in den mund und knack war sie offen ich muss das nochmal probieren sagte der bär wenn ich so anseh ich mein ich müsse doch auch können da gab ihm das schneiderlein wieder wackersteine und der bär arbeitete und biss aus allen leibeskräften hinein aber du glaubst auch nicht dass er sie aufgebracht hat wie das vorbei war holte das schneiderlein eine violine unter dem rock hervor und spielte sich ein stückchen darauf als der bär die musik vernahm konnte er es nicht lassen und fing an zu tanzen und als er ein weilchen getanzt hatte gefiel ihm das ding so wohl dass er zum schneiderlein sprach hör ist das geigen schwer kinderleicht siehst du mit der linken lege ich die finger auf und mit der rechten streich ich mit dem bogen drauf los da geht's lustig so geigen sprach der bär das möchte ich schon auch verstehen damit ich tanzen könnte so oft ich lust hätte was meinst du dazu willst du mir unterricht darin geben von herzen gern sagte der schneiderlein wenn du geschickt dazu hast aber zeig einmal deine tatzen her die sind gewaltig lang ich musste die nägel ein wenig abschneiden da wurde ein schraubstock herbeigeholt und der bär legte seine tatzen drauf das schneiderlein aber schraubte sie fest und sprach nun wart bis ich mit der schere komm ließ den bären brummen so viel er wollte legte sich in die ecke auf ein bunt stroh und schlief ein die prinzessin als sie am abend den bären so gewaltig brummen hörte glaubte nicht anders als er brumme vor freude und hätte dem schneider schon den gar ausgemacht am morgen stand sie deshalb ganz unbesorgt und vergnügt auf wie sie aber in den stall guckte so steht da das schneiderlein ganz munter davor und ist gesund wie ein fisch im wasser da konnte sie nun kein wort mehr dagegen sagen weil sie es öffentlich versprochen hatte und der könig ließ einen wagen kommen darin musste sie mit dem schneiderlein zur kirche fahren und sollte sie dort vermählt werden wie sie eingestiegen waren gingen die beiden anderen schneider die ein falsches herz hatten und ihm sein glück nicht gönnten in den stall und schraubten den bären los der bär in voller wut rannte hinter dem wagen her die prinzessin hörte ihn schnauben und brummen es ward ihr angst und bang und sie rief ach der bär ist hinter uns und will dich holen das schneiderlein war fix stellte sich auf den kopf steckte die beine zum fenster hinaus und rief siehst du den schraubstock wann du nicht gehst so sollst du wieder hinein wie der bär das sah drehte er sich um und lief fort denn vor dem schneiderlein hatte er angst mein schneiderlein fuhr da ruhig in die kirche und die prinzessin ward ihm an die hand getraut und erlebte mit ihr vergnügt wie eine heidlerleiche wer es nicht glaubt bezahlt einen taler und nie abonniere auf konnt die die der